Prost! Eure Isartaler Hexen! Prost! Für mich ist es tatsächlich die erste Club-Party. Ich bin sehr gespannt und neugierig. Ich habe schon mit den ersten Clubmitgliedern draußen vor dem Einlass gesprochen. Ich glaube, das wird ein richtig guter Abend. Für mich persönlich sind die Gäste eigentlich das Highlight. Menschen, die sich für uns interessieren, die mit uns feiern wollen, die mit uns den Abend verbringen wollen. Ein schönes Kompliment gibt es eigentlich für eine Brauerei nicht. Wir rechnen damit, dass zwischen 5.000 und 8.000 Liter Bier heute Abend getrunken werden. Ein echtes Lieblingsbier habe ich nicht. Dafür schmeckt mir das Ganze jetzt so gut. 255- sekarang. Das ist eine richtige Zehnung. Und das ist ein Lieblingsbierer. Im Lieblingsbier. Musik Musik